Deutschland in Schockstarre. Paul Drucks erleidet Achillesehnenriss. In der 34. Minute des EHF Eurocup-Spiels zwischen Schweden und Deutschland musste Paul Drucks vom Feld. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin fiel nach einem Pass von Julian Köster ohne Fremdeinwirkung zu Boden und wurde kurz behandelt, bevor er gestützt das Feld verlassen musste. Der DAB bestätigte später, dass Drucks einen Achillesehnenriss erlitten hatte. Das ist eine absolute Tragödie, vor allem für Paul. Es tut mir im Herzen weh, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Die Diagnose ist erschütternd. Das ist eine Tragödie für Paul und das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann. Wir fühlen mit ihm, sagte DAB-Sportvorstand Axel Kromer. Er ist sehr enttäuscht und niedergeschlagen, fügte er hinzu. Bundestrainer Alfred Gislason erklärte, es sei extrem bitter, Paul langfristig zu verlieren. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hatte an diesem Tag ohnehin einen schlechten Tag erwischt. Das Länderspiel gegen Schweden endete vor 4.700 Zuschauern in Christiansstadt mit einem 23 zu 32. Johannes Goller beschrieb die Stimmung nach dem Spiel als niedergeschlagen. Drei weitere Spieler, Janik Holbacher, Lukas Stutzke und Kai Hefner, mussten vor den Länderspielen aufgrund von Verletzung und Krankheit absagen. Julian Köster war vor dem Spiel gegen Schweden ins Aufgebot zurückgekehrt. Für Drucks könnte der Achillesehnenriss sogar das Aus für die Handball-EM 2024 im eigenen Land bedeuten. Paul Drucks wird jetzt die endgültige Diagnose abwarten, die im Falle einer Bestätigung bedeuten würde, dass er über das Saisonende hinaus ausfallen würde. Der Rückraumspieler reist morgen planmäßig mit der Mannschaft zurück nach Berlin, mit dem Verdacht eines Achillesehnenrisses. Hier werden umfängliche Untersuchungen erfolgen, sagten die Füchse, die derzeit punktgleich mit dem THW Kiel an der Spitze der Tabelle der Handball-Bundesliga stehen. Das war's auch schon wieder für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was denkt ihr, schafft es Paul Drucks bis zur EM wieder fit zu werden? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.